Wir von Simon Hegele verstehen das Geschäft unserer Kunden und können so Dienstleistungen und Intralogistiklösungen mit echtem Mehrwert bieten. Beispielsweise in unserem automatischen Kleinteilelager im Logistikcenter Frankfurt-Rauenheim. In unserem Regalsystem mit 5 Gassen und einem Regalbediengerät pro Gasse ermöglicht die modernste Automatisierungstechnik eine intelligente Lagerung unterschiedlicher Ladungsträger auf 55.000 Stellplätzen. Mit einer Förderstreckenleistung von bis zu 1200 Behältern pro Stunde unterstützt unser AKL das dynamische Geschäft unserer Kunden und das auch bei Wachstum mit einer möglichen Erweiterung auf 110.000 Stellplätze für Kartonagen und Behälter. Weil mehr drin steckt. Simon Hegele Logistik weitergedacht.